Hallo und schönen guten Tag euch wieder zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen denn mal schauen, was wir jetzt mal machen. Haben wir irgendwie ein bestimmtes Ziel gekriegt? Eine Info? Nö. Bunker. Bauernhof. Gehen wir doch mal zum Bunker hin. Schauen wir, was da so los ist. Also, auf auf, liebe Leute. Dann kommt mal mit. Oh, müssen wir das Armee hier außen rumlaufen? Guck doch mal nach, ob in der Palmengbo eine Banane dranhängt. Ist ihm noch genug hier? Jo, schon gesehen. Die Gesellschaft werden wir ausspionieren. Mal schauen, was sie so machen. Einer steht hinter dem Baum. Was? Zwei? Okay. Schon wieder. Ich bin wieder. Hier ist in der Welt. Danke. noch mehr einer kommt auch gleich da zum retten hin noch mehr was haben wir hier hier hätte ich sonst gedacht, dass ein abgestörter Fallschirm dabei sein würde aber nun gut, wenn nicht, dann nicht da hinten ist die Flak ja schon gesehen den Kollegen wo ist er hin ist gar nicht so einfach zu spielen hier ohne Markierung obwohl man ja die ganze Markierung hier eigentlich kriegt aber es macht eigentlich mehr Laune wenn diese ganze Markierung nicht da sind wo lief ein andere Kollege hier von ihm wo ist der denn hin gefetzt so gehen wir zum Bunker hoch oder machen wir die Flak nehmen wir die auseinander hm der Bunker ist weiter weg naja nehmen wir die Flak da drüber wie steht sie was ja müssen wir mal schauen Auf jeden Fall wurden wir angeblich hier gesehen. Wo ist denn das hier die Flagge? Ist sie vor uns? Da oben läuft eine Patrouille. Oh, ein offenes Feld hier. Verdammte Axt. Ha! Hm, ja, wo sind die denn? So, wie konnten wir die Flagge nochmal zerstören? Mit Sprengstoff? Was ist denn das für ein Geräusch? Kann er da? Doch. Hm. Sind das zwei oder ist das nur eine davon? Ich bin nicht mehr so. Viel Spaß damit. Arschloch. Wo ist die andere Flagge? Wenn wir jetzt wüssten, wo jetzt die zweite Flak rumoxidiert. Ach da hinten, alles klar. Schleichen wir uns da doch mal durchs Gras. Kuckuck. Was? Wo ist denn hier noch? Ah, wir haben wieder einen Informationspunkt hier. Abschlussbericht 2-10-1400. 8 Flugzeuge, die diesen Sektor überflogen haben, wurden gesichtet und beschossen. Eins wurde zerstört und ist vermutlich im SSO abgestürzt. Zwei Fahrschirme wurden gesichtet. Einer direkt südlich von hier. Der zweite im Südosten. Die Suche läuft. Okay. Süden und Südosten. So, fix dann mal rauf. Krebs hier noch irgendwo einer? Ne. Bunker einer Flussgabelung. Oh. Noch eine fettere. Jo. Ne SVD. Na ja, wollen wir auch nicht. Auch nicht verkehrt. Ne. Du brauchst hier nicht mehr hochkommen. Wo ist unser nächstes Ziel? Kirchengeschütz haben wir. Da ist der Bunker. Feuerzeug. Ach so, das sind die zwei Piloten hier sicherlich. Oh. TÜTÜTÜTÜTÜÜTÜ. Gehen wir da auch mal zu dem. Suchen wir uns den Piloten da erstmal. Da ist noch ein Flugzeug abgestürzt. Da ist noch ein Flugzeug abgestürzt. Eine Kuh. Ja, abgestürzt der Pilot in der Nähe. Hm. Mit wem beschießen die sich denn da jetzt? Ah, mal ein bisschen ins Gebüsch gehen. Boah, haben wir den an die Palme genagelt? Was für eine Scheiße. Was ist denn das? Boah. Haben die hier denn angestellt? Drei. So eine Kacke. Oh, noch einer. Noch einer. Viel zu viele. Laufen die alle hintereinander weg? Noch, noch eine Kacke. Okay, das waren sie. Keiner mehr. Auch die sind heimlich gekillt worden. Nur meine Pfeile hätte ich gerne auch wieder. Ey, wieso kriege ich meine Pfeile nicht wieder? Verdammte Axt. Wenn wir nur den Piloten hier finden. Oh, ey. Haben wir keine Gasmaske oder sowas? Was heißt, da sind sie? Noch mehr von denen? Ja, da ist jetzt das Ding. Okay, die Schnüre zeigt in die Richtung. Da ist er. Okay, wo ist das nächste Feuerzeug? Da. Die Richtung. Dann mal auf. Auf los geht's los. Los. Ich lasse mich überraschen. Jo. Hier schreit er so rum. Wo? Wo? Da ist der Puma, der wie verrückt wegrennt. Boah, ey. Zäh. Okay, den hat er auch getroffen. Was? Noch mehr? Ja. Ey, die streiten hier ja echt am laufenden Band rum. Okay, wie soll man da denn hinkommen? Das ist wahrscheinlich nicht gesundheitsfördernd, da durchzurennen, oder? What? Wir können es ja mal ausprobieren, mal gucken, was passiert. Wenn wir drauf gehen, gehen wir eben halt drauf. Die Leine zeigt in die Richtung. Das ist wahrscheinlich auch nicht gesundheitsfördernd, hier mit einer Granate rumzuschmeißen. Boah, ich sehe hier ganz schlecht. Wo ist hier der Kollege? Der muss doch hier irgendwo liegen. Da liegt er doch. Schon dran vorbeigelaufen. Hm. Schon wieder die. Ist ja nicht mal normal hier. Ich kann sie sehen. Genau da. Was? Hä? Wo siehst du die? Was? Was? Einmal kurz ins Gebüsch schauen. Wo? Äh. T-t-t-t-t-t. Camp im Geisterdorf Was haben wir da noch? Moses Bunker in der Flusskabelung Da gehen wir doch mal hin Oh, 260 Meter ist das entfernt Eieiei Yo Ey, Kollege, du hast doch vorher noch Hunger Warum legst du nicht einfach die Kuh? Ist das keine Option? Was haben wir da denn? Okay Ey, was markiert denn der denn alles? Komm, Kollege, wir gehen hier runter Oh, ey, was? Oh, ey, was? Oh, ey, was? Na ja, er kann auch wieder durch Mauern gucken, wa? Ey, das ist ja hier völlig verwinkelt Lesen Bericht des Kommandeurs Die Installation der Patriotismus-Lautspeicher wurde im Zeitplan abgeschlossen Abgefangene feindliche Funkmeldungen wurden mitgeschrieben und an den Feldnachrichtendienst weitergeleitet Der Funkverkehr der feindlichen Firebase-Echo wird weiterhin abgehört Na gut Was heißt da drüben sind sie? Oh, erstmal hier wieder rausfinden Hä? Von wo sind wir jetzt gekommen? Ei, 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 ei Okay, das ist der Bunker von nebenan Hm Na ja, gut Versuchen wir mal einen auf Schnelldurchgang hier Oder gibt's hier keinen Schnelldurchgang? Ne Alles klar Es gibt nichts anderes hier wegzuholen Also wieder raus hier So Wo kommen wir jetzt hin? Da Ja, ich würde sagen, das wird dann unser nächstes Ziel Das werden wir dann aber in der nächsten Folge dann in Angriff nehmen Also vielen Dank schon mal fürs Zuschauen Und dann bis zum nächsten Mal Wenn's wieder heißt Far Cry 5, House of Darkness Also bis denn Tschöle Leute Tschöle Leute Vorsicht where moans war new preroot pus coexist